Mein Name ist Lukas Rössler. Ich bin Inhaber der New Media Agentur Fosbury und Trend- und Innovationsforscher im Bereich Marketing. Ich teile meine Erfahrungen in Vorträgen, Keynotes, Speeches und Workshops. Das Marketing befindet sich mitten in einer Phase der Revolution. Neue Technologien und Zugänge in Verbindung mit Erlebnis- und Event-Inszenierungen versprechen das Marketing-System der Zukunft völlig umzukrempeln. New Media, Smartphone und Wearables sind die meist diskutierten Themen der heutigen Zeit. Welche Möglichkeiten bieten diese Themen aber in Kombination mit Storytelling, Location-Based Marketing, NFC, Augmented Reality oder noch immer Social Media für das Marketing? Wie sieht die ideale Gesamtinszenierung aus Online- und Offline-Aktivitäten aus? Wie löst man in der Zielgruppe Emotionen aus und sorgt mittels Interaktion für Involvement bei Ihren Kunden? Wie verändert der Ansatz Low-Reach, High-Relevance die Arbeit des Marketing-Managers von morgen? Und vor allem, welches Handwerk, welche Tools müssen Sie beherrschen, um diesen wandelnden Anforderungen zu entsprechen? Sind Sie bereit für die Revolution? Veränderung Anforderungen Die